Hör gut zu. Joseph hat ein Heiligtum hoch im Norden. Das Ritual verlangt, dass du auf dem Weg dorthin Signalfeuer entzündest. Ich bezweifle, dass der alte Mann noch lebt und sie sehen kann, aber wenn du die Feuer nicht entzündest, wird das dein sicherer Tod sein. Denn trotz des Sakraments kann der Norden dich immer noch töten. Dieses Boot und das Feuer können dich schnell und sicher dorthin bringen. Entferne dich nur von ihnen, wenn es unbedingt nötig ist. Wir geben dir einen Bogen. Benutze Brandpfeile, um die Feuer zu entzünden. Bring mir Beweise für den Tod meines Vaters. Und ich sorge dafür, dass du als Freund des Propheten in Erinnerung bleibst. Nun geh, mit meinem Segen. Geh, mit meinem Segen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.